Unter dem Protektorat des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei drehte Regisseur Gerhard Lamprecht den großen deutschen Spielfilm Meines Vaters Pferde nach dem gleichnamigen Roman von Clemens Lahm. Ich prophezeie eine Blamage für uns alle. Wenn er schon mitreiten darf, sucht er sich ausgerechnet den unmöglichsten Bock des ganzen Regiments aus. Ja, und wenn was passiert? Danke, Frau Lina. Auf Ihr Wohl. Und außerdem nehmen Sie hier fälligst Haltung an. Also es bleibt dabei, Herr Fähnrich. Auf heute Abend. Vielleicht bricht bei Jahr sich sogar das Genick. Und ich natürlich auch. Na dann halt zum Beinbruch, Fähnrich. Maja! Um Gottes Willen, Lena, was machen Sie denn hier? Das sehen Sie ja. Ich fahre spazieren. Haben Sie was dagegen? Runter von den Zielen. Es gibt ein Unglück. Greiten Sie doch los! Thank you very much, Mr. Goldeisen. So einen Ritt sieht man nicht alle Tage. Ich werde mich heute Abend mit Riemmeister Junior verlogen. Das Leben ist ein verdammt unfairer Sport. Und wartet jemand auf ihn? Das sagst du mir erst jetzt? Sie lassen mich ja nicht zu Warten kommen. Ihnen ist nie eine dame. Hallo, ihr beiden. Ich wollte euch etwas Wärmendes bringen. Aber ich sehe es gar nicht mehr Not hin. Warum hast du es getan, Pat? Der Secret Service ist hinter mir her. Na, wohin! Sie sterben! Vielleicht liegt das wohl und falsch, Nikolain. Jetzt! Hast du dir schon einen Namen für unser Baby ausgedacht? In Kürze hier.